So, ich weiß, ich habe eben noch ein Video hochgeladen, wo ich Mario Kart spielen will. Aber ihr seht schon am Download, Pokémon kam raus. Ich habe es nämlich ganz vergessen. Soll ich da rauskommen? Ich habe nur gerade eben bei Twitch gesehen. Ich sage, hä? Da sind ziemlich viele da, die Pokémon spielen. Da stimmt was nicht. Deshalb, ich bin es jetzt gerade schon am Runterladen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wer Bock hat, einfach vorbeischauen. Auf Twitch einfach Kart 8.6. Und in dem Sinne würde ich dann sagen, bis gleich. Mal gucken, was wir die alten 20 Minuten noch machen. Und in dem Sinne, wie gesagt, bis gleich.